Sie kriegt sich schon wieder ein. Das soll uns nicht den Abend vermiesen. Genießen wir die Stripperinnen. Absolut. Aber ich finde, die da nimmt ihren Job zu ernst. Ihr Jungs seid sehr umgezogen. Das bedeutet, ihr bekommt extra Hausaufgaben. Verdammt, Bruchrechnen ist so schwierig. Was hast du bei Nummer 4 raus? Sie sagte nicht abschreiben lassen!